Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien.TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute geht es um ein Thema, das vor allem die Einsteiger immer interessiert, nämlich wie fange ich an, welche Märkte handle ich ganz zu Beginn? Da haben wir wieder eine Frage bekommen und die beantworte ich jetzt im Video. Ihr werdet euch vielleicht über den Hintergrund wundern. Das ihr, was ihr hier seht, ist ein Greenscreen und zwar bin ich bei uns hier im Studio. Hier nehmen wir unsere Coachings auf bzw. streamen die live heraus. Wir werden auch hier manchmal Videos aufgenommen. Da wird dann, ich kann euch das mal zeigen hier, da wird dann hier oben was runter gemacht, auch dass ihr das mal seht. So sieht das Ganze dann hier aus. Also hier sind ein paar Bildschirme und hier die Decken sind alle verkleidet, dass man eben von der Akustik her das Ganze besser hört und ich wollte das Video jetzt aber schnell machen, weil es eine tolle Frage ist und deswegen das jetzt mal alles hier ganz spontan. Die Frage kam von Doris und zwar kam sie gestern im Coaching. Doris ist ein neuer Teilnehmer in unserem Coaching. Das Coaching läuft ja jetzt bis 31. Dezember, danach hört es auf und wir nehmen ja aktuell niemand mehr in das Coaching hinein und da kommen jetzt immer sehr, sehr viele interessante Fragen. Das heißt, die eine oder andere Frage werde ich auch mal hier auf dem YouTube-Kanal mit beantworten. Die Doris hat folgende Frage geschickt und zwar, wenn man neu ist und die ersten Trades selber heraussuchen möchte, welche Märkte würdest du empfehlen? Und das ist eine Frage, die natürlich sehr, sehr häufig kommt. Wo fange ich an? Und die meisten stellen ja diese Frage genauso, wenn man jetzt irgendwie anfängt, mit Aktien handelt oder wenn man Day-Trading macht oder sonst irgendwas. Wo starte ich denn jetzt? Was ist so das Erste? Und wir haben diese Frage gestern Abend schon etwas ausführlicher dann auch im Coaching behandelt und ich will mal hier aber in dem Video noch so ein bisschen die Essentials, wie heißt es so schön, Essentials, also die Basics zu dieser Frage noch einmal herausgeben. Und zwar, es kommt natürlich immer ein bisschen auf deine Kontogröße an. Wenn du ein sehr kleines Konto hast, dann wirst du wahrscheinlich tendenziell eher in Richtung Aktienoptionen gehen. Hast du ein größeres Konto, dann wirst du wahrscheinlich eher im Bereich Future-Optionen starten. Das heißt, da haben wir schon mal eine Splittung, die auch du selbst vornehmen kannst. Wie groß ist mein Konto? Das heißt, sagen wir mal jetzt, wenn du so bis 20.000 Euro hast, 25.000 Euro, wirst du dich vielleicht am Anfang eher im Bereich Aktienmärkte orientieren und wenn du mehr als, oder wenn du ab 20.000, 25.000 ungefähr hast, dann kannst du auch schon in dem Bereich Future-Optionen starten. Jetzt schauen wir mal denjenigen an, der vielleicht nur 5.000 oder 10.000 Euro hat. Das heißt, der wirklich im Aktienmarkt sich umschaut. Und da ist mein Tipp immer am Anfang, fangt nicht unbedingt gleich mit einer einzelnen Aktie an. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, ich interessiere mich für eine ganz bestimmte Aktie und diese möchte ich jetzt entsprechend handeln. Ich würde euch aber immer empfehlen, fangt erstmal an mit einem Index. Der Grund ist ganz simpel. Wenn ihr mit einem Index anfangt, dann werdet ihr etwas weniger Prämie bekommen. Aber der Vorteil ist, ein Index reagiert eben dann doch nicht so volatil, wie es eine einzelne Aktie machen kann. Wir hatten ja jetzt vor einigen Tagen erst dieses Ereignis. Es ist gerade Earnings Season. Das heißt, die einzelnen Aktien berichten alle, oder die einzelnen Companies berichten. Und das kann schon mal dazu führen, dass eine Aktie, wenn sie eben positiv überrascht, dann springt sie stark nach oben. Wenn sie negativ überrascht, dann geht es auch eher mal ein bisschen nach unten. Und wir hatten das beispielsweise bei Netflix. Jetzt ist Netflix eine relativ teure Aktie. Das heißt, für einen Einsteiger ohnehin nicht so geeignet mit einem kleinen Konto. Aber da hat man ja gesehen, die Aktie ist an einem Tag, ich glaube, 15% gefallen und dann hat sie sich im Laufe des Tages aber super wieder erholt. Jetzt stell dir einfach mal vor, du bist Einsteiger und du hast jetzt gerade deinen allerersten Trade auf so eine Aktie gemacht, die sich gleich mal 15% bewegt. Und das kann natürlich bei den Earnings passieren. Das sollte man, wenn man Shortputs macht, also einfach so ein reines Shortputs, ohnehin nicht im Markt sein. Das kann dir aber auch passieren, wenn irgendwie eine schlechte Unternehmensnachricht kommt, die du vorher gar nicht wissen kannst, wo es auch keinen Termin gibt, so nach dem Motto, morgen kommen Nachrichten. Es passiert irgendetwas in der Firma. Irgendeine wichtige Person verlässt das Unternehmen oder irgendetwas. Es gibt ein Unglück, es kann auch nur etwas Positives sein, wie auch immer. Es gibt ein Downgrade von irgendeiner Investmentbank. Also das kann immer passieren. Das heißt, die Aktie schwankt viel, viel stärker. Und das ist jetzt per se kein Problem, aber du musst wissen, wie du damit umgehst. Wenn du jetzt aber, und so ist ja die Frage, wenn du neu bist und das zum allerersten Mal machst, würde ich immer versuchen, ein bisschen lahme Enten zu nehmen. Und da ist ein Index schon eine lahme Ente. Das heißt, ich würde am Anfang eher versuchen, zum Beispiel Puts oder auch gerne Bullput Spreads, also lieber noch einen Put dazukaufen, beispielsweise auf den S&P zu machen, also auf den Spider beispielsweise. Oder aber auf den Russell 2000, IWM. Oder wenn du auch willst, von mir auf den Nasdaq, auf DQs. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Du kannst auch dir einen ETF heraussuchen. Das heißt, einen Sektoren-ETF. Wir hatten ja schon darüber berichtet, du kannst die Sektoren nicht mehr bzw. die ETFs nicht mehr direkt kaufen, aber du kannst immer noch Optionen darauf schreiben. Und deswegen such dir am Anfang einen Index heraus, entweder einen Sektorindex oder einen Gesamtindex, weil der wird nicht so stark schwanken. Und dann mach am Anfang auch eins wirklich kleine, kleine, kleine Positionen, die kleinste, die du machen kannst. Und schreib von mir aus, ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, mach von mir aus einen Bullput Spread dazu. Dass du also sagst, okay, einen kleinen Bullput Spread, wo es gar nicht so sehr ums Verdienen geht, sondern wo du sagst, okay, ich habe mal den ersten Trade gemacht, ich bin mal, ich habe mir mal die Füße nass gemacht, bin mal reingetreten ins Wasser und nicht gleich sagen, okay, ich bringe hier die Niagara-Fälle herunter. Okay? So. Das also für die, die wenig Geld haben. Was machen jetzt aber die, die ein bisschen mehr Geld haben und die sagen, okay, ich will in die Future-Märkte hineingehen? Auch hier natürlich schauen, was sind die Märkte, die nicht ganz zu extrem sind. Und extrem ist immer das, was wenig liquide ist. Machen wir ein Beispiel. Du kannst natürlich sofort auch, weil die Kontraktgröße nicht so groß ist, Lean Hocs handeln. Also Magerschwein ist kein teurer Markt. Das heißt, wenig Prämie, so gesehen kein allzu großes Risiko. Aber was ist der Nachteil wieder? Diese Märkte schwanken, wenn sie mal schwanken, dann sehr, sehr häufig. Oder sehr, sehr stark besser gesagt. Nicht so häufig, aber wenn, dann schon mal sehr, sehr stark. Sie sind also sehr, sehr volatil. Oder aber beispielsweise so etwas wie Zucker oder Kakao oder Baumwolle. Nicht sehr liquide für jemanden, der sich damit auskennt. Problemlos handelbar, aber als Einsteiger. Immer nochmal daran denken. Als Einsteiger. Dann eben lieber einen Markt suchen, der eine hohe Liquidität aufweist und wo du weißt, du kommst jederzeit rein und raus. Also beispielsweise die 10-Year-Notes, also die amerikanischen 10-jährigen Staatsanleihen. Super liquide, nicht zu teuer, kannst du gut handeln. Oder aber, wird vielleicht jetzt der eine andere sagen, was das ist doch ein Markt, der stark schwankt? Crude Oil. Erdöl kannst du hervorragend handeln. Warum? Super, super liquide. Viele Laufzeiten. Du kannst gut hatchen, du kannst gut rollen, du kannst Spreads machen. Also das heißt nicht unbedingt am Anfang Heizöl handeln. Geht auch, aber hast du sehr, sehr große Spreads. Sondern lieber dann Crude Oil machen. Oder gehen wir mal in die Getreide hinein. Dann vielleicht eher so etwas machen wie Mais. Oder ja, Mais zum Beispiel. Der ist nicht allzu groß vom Umfang her. Es lässt sich gut handeln, ist super liquide. Und vielleicht nicht unbedingt am Anfang gleich Sojabohnenöl oder Kansas Weizen handeln. Warum? Sind auch gut handelbar, aber weniger liquide. Deswegen, wenn mal was ist, schwanken sie mehr. Weil du musst dir immer vorstellen, wenn die Liquidität nicht da ist, müssen die Market Maker, wenn Bewegung reinkommt, die Spreads weiter auseinander machen, um sich zu hatchen. Hast du jetzt einen super liquiden Markt, ist das nicht so wichtig für die Market Maker, weil sie wissen, es sind genügend Leute da, wo sie immer wieder ihre Positionen entsprechend hatchen können. Das heißt also, Future ganz konkret. Ich würde sowas machen wie Crude Oil, Nodes, auch Währungen. Bei Währungen muss man jetzt momentan so ein bisschen aufpassen. Da würde ich also vielleicht lieber nicht zwingend in den Euro gehen, aber auf gar keinen Fall in den Schweizer Franken. Überhaupt keine Liquidität. Aber du kannst zum Beispiel sowas wie den Aussi-Dollar, den Kanada-Dollar. Die sind nicht so teuer. Die folgen den Rohstoffen so ein bisschen mit. Das heißt, die sind auch relativ gut prognostizierbar in ihren übergeordneten Bewegungen. Also das sind auch Märkte, die du gut handeln kannst. Und dann arbeite dich halt einfach vor, dass du am Anfang wirklich den Trades, Trades, Trades machst. Und wenn du dann ein besseres Gefühl bringst, dass du dann sagst, okay, und jetzt nehme ich mir den nächsten Markt vor. Also okay, ich starte vielleicht mit zwei, drei Märkten und wenn ich in jedem dieser Märkte, auch wenn es ein bisschen dauert, ein paar Trades gemacht habe, sagst du, okay, und jetzt schaue ich mir noch den nächsten Markt mit an. Das heißt, jetzt gehe ich vielleicht her und habe von mir aus am Anfang gemacht, Mais und Tenure Notes und von mir aus Crude Oil. Und dann sage ich, okay, und als nächstes nehme ich mir den Goldmarkt mit vor, als Beispiel. Oder als nächstes nehme ich mir den Aussi-Dollar mit vor, sodass du nach und nach deine Produktpalette erweiterst. Und wenn du nicht genau weißt, ist das jetzt ein Markt, der gut oder schlecht geeignet ist, schau immer auf die Liquidität, schau immer auf die Spreads. Sind die Spreads sehr weit, dann im Zweifelsfall eher nicht, sind die sehr eng, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Okay, wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt mir eure Fragen genau zu solchen Themen hier in die Kommentare. Gerne auch bei uns auf Facebook oder in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an den Märkten, danke fürs Zuschauen, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns, tschüss, servus, macht's gut, bye, bye.